Willkommen, willkommen zurück, meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei Soulcraft. Wir sind hier bei der nächsten Mission, Kapitel 1.4. Gewaltige Klinge. Da haben wir anscheinend einen Bossgegner, so wie ich das sehe. Commander Targas, hier ist unser Recruit. Ich bin sicher, er ist soweit, sich dem Feind entgegenzustellen. Sehr gut, tritt vor, Soldat. Wir haben ein großes Monster lokalisiert, einer der Anführer. Gibt es etwas Bestimmtes, das ich wissen muss? Benutze deine magischen Fähigkeiten, das kann dir helfen, diesen Schlachter zu besiegen. Dieser Morus ist ein riesiges Stück Fleisch. Achte auf die Ketten, damit du dich nicht daran verfängst. Einer bin ich so ein bisschen an den Schlechter aus Diablo 3. Destroy a chest with a magical spell. Bam, cool, okay. Also mit Q kann ich jetzt mein Skill, mein Dings benutzen, meinen magischen Skill. Macht er das Automat? Ah, ne. Ja, verbraucht ein bisschen Mana. Das ist aber absolut okay. Ah, okay, ich kann damit super stunnen. Level up, nice. Level 5. Recruit. Quest geschafft, das war schon. Unwahrscheinlich. So sag ich immer an, ach so, okay. Ja, Mana legt sich langsam wieder auf, jetzt seht ihr das oben links. Zack, kann ich so ein Dings benutzen. Besiege Morus den Metzger. Ja, aber das schlechte halt. Wie ihr es nennen möchtet. Oh Gott, oh Gott. Er benutzt hat seine Ketten, um uns theoretisch zu fangen. Was aber überhaupt kein Problem für uns ist. Müssen einfach nur ausweichen. Oh, okay. So viel zum Ausweichen. Okay, Mana ist jetzt langsam knapp. Low Manor. Aber ich kann nicht trotzdem so schlachten. Easy going. Habe gesagt, wenn die sich leicht außen locken lassen, dann sind sie kein Thema. Batschart. Ja, der, der, äh, wie hieß denn das? Schlechter. Batschart ist, glaube ich, schlechter gewesen. Du hast diesen Kampf gewonnen, aber nicht den Krieg. Wenn wir uns wiedersehen, solltest du die Wahrheit erfahren. Höre nicht auf diesen Monst, auf dieses Monstrum. Du hast gesiegt. Willkommen in den Reihen der himmlischen Armee. Es ist meine Ehre, dich leiten zu dürfen. Ich werde mein Bestes geben, damit weitere Siege folgen. Nice. So, da haben wir in der Kampagnenbelohnung ein Gold bekommen. Drei Gold. Bonus Gold anscheinend. Steht hier. Level Reward einfach. Stufenaufstieg. Wieder Leben und Schaden dazu erhalten. Kambodscha. Der urheilvergessene Dschungel von Kambodscha. Kambodscha verbirgt eine seltsame mystische Macht. Bist du der Held, der sie von den Dämonen einregt? Okay. Ach, das ist eine neue Mission gewesen. Alles klar. Und das ist die nächste Skill. Aufopferung. Opfer einen Anteil deiner Gesundheit und werde kurzzeit unverwundt. Bei einem Anschluss fügst du an gegen einen Umkreis brutalen Schaden zu. Opfer 20% deiner momentan Gesundheit und fügt an jedem getroffenen. Gehen da 700% des magischen Schadens zu. Nicht übel. Und der Boss Toxur und heiliges Irrlicht bald freischalten. Nice. Helm der Bestie. Verbessert eine Kampfkraft mit diesem Helm. Und mysteriöse Truhe. Sollen wir uns das kaufen? Wir haben aktuell gar keinen Helm. Machen wir mal. Und die Kiste möchte ich mir nicht kaufen. So, was haben wir hier schönes? Eine Gratis-Tour. Your Daily Request Reboot. Okay. 25. Herr damit. Achso. Muss ich was machen? Muss ich wohl. Große Mauern. Na, dann muss ich sagen, mach mal einfach mal die tägliche Mission hier. Ich denke, hier wird nicht viel Text sein, oder? Ach, guck mal. Die Mission kenne ich doch. Die ist die allererste gewesen. Jetzt gehen wir allerdings von unten, so wie ich das sehe. Oder eine andere Sicht. Keine Ahnung. Okay. Reach the Portal. Er scheint noch nicht ganz auf Deutsch übersetzt zu sein. Ich brauche vielleicht mal eine bessere Waffe. So, als schlechter wäre es schon praktisch, Schaden zu machen. Was sind eigentlich die Skills? Dieser eine Skill. Irgendwie weiß ich nicht, damit anzufangen. Hehe. Stimmen kostet nicht mal Mana. Du hast gewonnen. Okay. Ja, wieder zwei Essenzen des Wassers. Das ist doch nicht übel. Panzer der Gesundheit. 319. Kann man sich theoretisch kaufen, ja? Da habe ich jetzt aktuell gar nichts. 319 Leben dazu. Aber ich glaube, das lasse ich dann doch erstmal. Come, Watcha. Ich glaube, Gott ist so ein bisschen eine ziemlich seltene Ware, oder? Ja. Überspringen wir das mal netterweise. Ja, war mal ein paar Seelen drin gewesen. Ach doch, wo ich doch lange war. Gibt es irgendwie eine Map oder so? Nee, war? Oder ist das ein Kreisförmig gewesen, oder? Ja, ich glaube, das ist ein Kreisförmig. Die ganzen Maps scheinen ein Kreisförmig zu sein. BAM! Ja, ist doch super optimal gewesen, oder? Aber warte, Gegnern. Flups! Einen Stun in die Fresse zu geben. So, was ist das zweite Portal? Die da ich anscheinend vor mir. Ja, ihr seht schon, das Ding kriegt wesentlich weniger Damage, wenn Gegner in der Nähe sind. Wow, okay. Und jetzt kriegt er halt mega viel Damage. Ich muss mir Tatsache ernsthaft einen Mana-Trank gönnen. Oder einen Heiltrank. Oh, da wurde irgendjemand geheilt. Auf jeden Fall so oft wie möglich Mana-Nutzen. Wenn man ihn denn da betrifft, hm? Quest geschafft! Und zwei neue Essenzen. Gold-Member schon wieder. Ich weiß nicht so genau, was das heißt. Vielleicht gibt's diesen Status-Gold-Member. Um meinen Gegenstand zu verbessern, legen wir zuerst den Elementar und Andrücke. Dann schmieren wir das Items komplett auf oder füge ein Wert hinzu. Ja. Nö, nö, danke. Flutwellen, Edelstein. Eine Mana pro Sekunde Generation. Sonnenfeuer. Oh, was muss man sich kaufen, ja? Interessant. Und das letzte, die Pyramiden für 25 Gold. Sieht Boss-Monster-mäßig aus, hm? Besiege die erste A. Okay, nach Wellen. Boah, die lassen sich zum Beispiel gar nicht mehr interrupten, die Gegner. Dem ist das jetzt völlig egal. Also zumindest mit meiner normalen, mit meiner normalen Axt. Die greifen mich an, auch wenn ich sie angreife. Das war am Anfang nicht so gewesen. Was es natürlich um Unmengen schwerer macht. Oh, ich hänge fest. Das ist auch mies. Muss ich in der Tat einen Trank benutzen und ich komme an die ganzen Items nicht ran. Das ist ja schade. Möglicherweise schießen hier halt nichts. Deswegen speichern wir doch lieber mehr Mana auf. Das ist irgendwie scheiße. Ich habe nur drei Heiltränke. Steht unten rechts. Okay, jetzt kommen sie mit dem... Echt ärgerlich. Sehr schade, dass ich dafür drei Heiltränke ausgeben musste. Wo eigentlich nur einer wahrscheinlich von 0 gewesen wäre. Da habe ich nicht viel Gold Plus gemacht, wenn ich mir gleich wieder Tränke kaufen muss. Gut. Aber wir haben einen Stufenaufstieg gehalten. Wir haben den Boss freigeschaltet, das Heilige Richt freigeschaltet. Okay. Das Wurfmesser beid freischaut und die Verteidigung. Schön. Das Kettenhemd des Lebens. Drei Gold. Das Sonnenfeuer. 100 Gold. Ist auch nicht schlecht, ne? Ach komm, kaufen wir uns das einfach auch, würde ich sagen. Äh, Packages. Und hier haben wir auch noch was. Unlocks. Alles klar. Eine mysteriöse Truhe, die wir gratis bekommen haben. Muss wir aber noch einlösen. Und da kriegen wir ein paar Essenzen heraus. Alles klar. Sechs Stück. Nicht übel. Ähm, Tomorrow's Reward kriegen wir wieder 30 Gold und eine Gratis-Truhe. Das heißt also, man kann das jeden Tag wieder machen. Wie ich auch hoffen, bei Daily Quests. Ähm, Mystery My Quest and Earn Great Rewards. Das Kambodscha. Ach, das habe ich schon bekommen, die Essenz. Und jetzt nochmal. Konnte mal 4-0 kaufen, ne? Habe ich halt auch jetzt auch gesehen. Ja, hier steht schon. Bla, bla, bla. Okay. Normal kann ich anscheinend jetzt nicht ändern in den Modus. Low in Potions. Ja, ich weiß schon, ich sehe das schon. Dann werden wir mal die ja kaufen. Jetzt kosten sie ein bisschen mehr. Ja, man kann sie natürlich auch für Seelen kaufen. Das ist auch möglich. So, wir können dann auf jeden Fall eine bessere Waffe kaufen. Eine Hacke der Wunder. Das sind ganz sogar anscheinend irgendwie zwei Dinger drauf. Ach nee, das ist, glaube ich, hier seltener als gerade das normale. Das sind schon legendäre hier. Vollmond-Schwert. Alter, sieht das Ding krass aus. Und das hat natürlich auch ein paar andere Stats hier. Und das ist im Besitz aktuelles Kommentarisch verkaufen, das Ding. Ähm, eigentlich brauche ich es ja nicht mehr. Aber ich behalte es noch. Ein Amulett habe ich schon mit Magie-Schaden. Warnschuhe habe ich auch schon auch angelegt. Das Kettenhemd habe ich mir eben gekauft. Die kann man sich nur so viel neues. Alter. Panzer der Resistenz. Rüstung der Resistenz. Ay, ay, ay. Ähm, das haben wir hier noch. Ein Kopf habe ich auch angelegt. Aber ein Kristall, der fehlt mir noch. Aber den brauche ich auch gerade nicht so wirklich dringend. Und jetzt sieht er ja aktuell meine ganzen Stats, die ich habe. Schaden, kritische Schreffer-Chance und so weiter und so weiter. So, was ist das genau? Das wird man gerade machen. Ach komm, mach mal einfach mal. Scheiß drauf. Skippen. Jetzt ist es normal mittlerweile, der Modus, ja. Ja, die Viecher klingen Leben wieder, wenn sie mich angreifen. Ups. Das war nicht gewollt. So, da ist das Höllentor Free. Und die werden natürlich immer schwerer. Ihr merkt, sie sind ein paar Gegner gewesen. Ja, ich mag es nicht, wenn die werfen. Das gefällt mir nicht. Muss ich aufpassen. Ah, ich mag schon mittlerweile viel, viel mehr Gesundheit. Aber ihr guckt euch das mal an. Die Russian aufstieg zu. Das ist krass. War da nicht noch einer gewesen? Nein, doch nicht. Aber durch das Kettenhemd oder so habe ich ordentlich ans Leben dazu bekommen. Und ich sollte meine Skates benutzen. Auf jeden Fall das Mana leer machen. Damit ihr mich nämlich damit nur so nerven. Das ist, weiß ich nicht, so ein... Ja, Gifttyp. Das dachte ich mir gerade schon. Die ordentlich Giftschaden halt machen. Aber auch in der eigenen. Das ist auch nicht schlecht. So, da haben wir eine Essenz, glaube ich, fertig. Oder bekommen wir eine Essenz. Well then, Wizard Meteor, get your reward. So, was kriegen wir dafür? Zurück. Wir haben mittlerweile schon Level 7, ja. Ist auch nicht gerade wenig. Rekru. Doppelter Gold von goldener Platte im Besitz. Erhöht die Menge an Goldhygiene oder Thrunen fallen lassen. Warum habe ich das bitte schön schon? Und warum habe ich das nicht angelegt? Normaler Rekrut ist gar nichts halt. Und hier ist goldene Platte, doppelter Gold. Ich weiß nicht, warum ich das habe. GI Bro. Zähigkeit. Dorn. Also verschiedene Fähigkeiten gibt es dann halt später. Ähm. Assassine. Lebensraub. Das ist auch nicht übel. Das hätte ich auch gerne. Kristallkrieger. Und halt später der Veteran, den man freischalten kann. Belohnung für Abschluss von Kapitel 3 der Kampagne. Muss man halt freischalten, ja. Huhn. Ach, Begleiter. Ja, klar. Dieser Begleiter sammelt sehr in Essenzen für dich auf. Und den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sammelt auch auf. Okay. Raketenschnecke. Sieht ja einfach nur alles anders aus anscheinend. Ohne Bett. Wenn wir Kapitel 4 abgeschlossen haben. Ich könnte mir aber irgendwo noch nur eine Reward holen. Ich glaube hier, da ist es. Ne. Ne. Wo ist denn das? Hier, glaube ich. Einlösen. Hier. Da habe ich das bekommen. Ah ja, wir können Reward schon für 5 Gold. Mach ich jetzt aber nicht. Das ist egal. Hier gibt es später nochmal. Spielbenutzer definiert Random Custom Rewards. Kann man sich entscheiden. Erfahrung oder sehen haben. Ob man haben möchte. Ja, ist jetzt aber. Nö. Ich mache lieber die Kampagne, würde ich sagen. Aber es ist in der nächsten Folge. Wir machen erstmal ganz kurz eine kleine Pause wieder. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Soulcraft. Bis denn. Ciao. Ciao. Vielen Dank.